So, das ist jetzt der zweite Teil von Aladdin. Jetzt gebe ich jetzt mal das Passwort ein. Zuerst kommt der Genie, dann der Affe Abu, dann Aladdin und dann kommt der Vater von der Jasmin. Der hat bestimmt auch Annahmen, aber das weiß ich wieder nicht. Also typisch gut. Aber das überspringen wir, das braucht keiner. Ich bin einfach mal gespannt, wie weit ich kommen werde. Ich hoffe, ich schaffe es. Ey, der Affe rennt einfach davon. Ohne mich. Treulose Domate, ey. Anfangen ist ja nichts Schlimmes hier. Genau, nichts Schlimmes und ich verliere gleich wieder. Herrlich. Ich muss sagen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es nur auf der Playstation gespielt und da ist es anders. So, wieder Hähnchen nehmen. Wir können ruhig mal was Vegetarisches hinlegen. So, das probiere ich halt erstmal. Irgendwie hängt es. So, erstmal warten. Ja, okay. Oh, jetzt kommt mein Tuch. Im ersten Teil habe ich das Tuch nicht angewendet, weil ich nicht mal gewusst habe, dass es das irgendwie gibt, beziehungsweise wie das funktioniert. Das habe ich dann erst später erfahren. So. Aus Federn Landmesser. Aber das Tuch ist ja eigentlich unersetzlich, weil kommst du damit überall hin. So, die Äpfel sind auch praktisch. Kann ich die ganzen hässlichen Fledermäuse abschießen. Das macht sogar richtig Freude. Oh, die möchte ich auch am liebsten abknallen, ey. Oh, jetzt wird es brenzlig. Ah, das stützt ein. Ah, ich habe gedacht, ich kann das draufsappen. Ach Gott, ey. Jetzt weiß man doch, dass man nicht auf einen Skorpion draufsappen darf. Ah, Abu ist wieder da. Schön, dass es dich auch mal gibt. Achso, oh Gott. Jetzt muss ich den Affen abschießen, bin ich blöd. Ich weiß, dass ich nach unten muss. Ah, wuhu. Das macht richtig Spaß. Ja, jetzt kommt es zum Gold, was aussieht wie Käse irgendwie. Käse Fondue. Ah, Leichen gibt es ja auch. So, ja. Ich komme jetzt wieder über dich drüber. Ich stelle mich halt immer an. Ja, war ja, war ja, war ja, klar. War ja, klar. So. Es gibt auch eh nicht mehr viel Leben. Das könnt ihr mir doch nicht annehmen. Die Herzen gehen immer weiter zurück. Ah. Das Tuch ist schon hilfreich. So. Okay. Oh, der Teppich, der fliegende Teppich. Hallo, ich bin der fliegende Teppich. Wow. Dem fallen die Augen aus zum Affen. Kommt mit. Ich zeige euch was. So. Ja, da rennen sie gleich. So. Die Musik ist gut, muss ich sagen. Ja. Und die beiden, ne? Die fliegen weg. Genau. Und mich lassen sie wie hier so ein Afferleine stehen. Toll. Ja. Siehst du? Da rutscht er gleich aus, weil er keine Schuhe anhat. Ey, so ein blöder Drecksding. Kaufe dir mal eine Ballatschen, ey. Voll fies. Da wundert er, da kann er sich ja nur Spreise holen. Ah. Ah. Einerseits ist es gut, dass man auf die Fledermäuse draufsappen kann. Andererseits springt man da irgendwie in so eine andere Richtung. Das ist auch bescheuert. Ich lasse es jetzt lieber mal ruhig angehen. Ich mache keine voreiligen Sachen. Abgeschossen. Puh. Die Vögel regen sich auch schon auf im Hintergrund. So. Weiter geht's. Jetzt weiß ich's, wie der Wolf bin. Boing. Ja, jetzt brauche ich das Brot nicht, ne? Na ja. Ich schaue, ob ich da gleich hinkomme. Ja. Das war guter Zug, ne? Ey, Fledermaus. So. Ist mir egal, ob ich den roten Stein fange oder nicht. Oh, ist auch ein wenig verrückt. So, mal schauen. Ich hab das Gefühl, hier hängt ein wenig, aber na ja. Ich hol mir jetzt ein Leben, weil ich kann's eh gebrauchen. Mehr als jeder andere. So. Juhu. Ein Leben. Davon kann man nie genug bringen. So. Ich bin... Oh Gott. Ob ich jetzt da unten landen kann? Oh Gott. Ich drehe doch jetzt schon wieder ein Rad. Ja, siehste. Oh Gott. Jetzt hab ich gedacht, ich sterb. Ich hab's doch gesagt, siehste, weil ich's nicht geschafft hab, hab ich gedacht. Ah, egal. Egal, egal, egal. Ich bin nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, ey. So. Ey. Die regen sich voll auf, meine Bügel. So. War wunderbar der Affenmusik? Nee. Ah, jetzt komm hier. Irgendwie, okay. Ich muss erstmal ruhen lassen, jetzt hier. Irgendwie hängt's. Naja, okay. Ah. Ha, der kann sich drauf abstürzen. Das hab ich ja noch gar nicht gewusst. Siehste, man lernt immer was dazu. Ja, ja. Blödes Teil. Die Lampe! Ich glaub's fast nicht. Ich hab's geschafft. Schienilampe Oh no Der baut wieder scheiße War ja klar Aber das ist mir sowas von egal Denn ich habe die Stage 2 geschafft Ja da könnte man gratulieren Hätte ich nicht gedacht Dass ich das in diesem Leben noch schaffe Passwort brauche ich auf jeden Fall Oh Gott wie peinlich Ich habe nur einen Rubin da gefunden Aber das ist mir sowas von egal Ich bin jetzt fertig mit der zweiten Stage